Das schafft ihr alleine. Au, das sieht aber übel aus. Ist das ein schöner Lippenstift? Schön liegen bleiben. Danke, Lafitte. Große Hilfe. Boah, nur Weiber hier auf dem Gelände, Mann. Verdammte Weiber. Wie ein Baum. Und die wollten so wohl irgendwie ausrauben. Ich weiß, kaum zu glauben, oder? Lafitte. I'm you. Schau mal. Den haben wir uns gegeben. Den haben wir uns gegeben und alle verschwunden. Und jetzt holen wir uns den Schatz. Schatz? Ei. Schatz? Ist doch klar. Goldenes Haus, goldener Schatz. Piu, Mann. Die Tür ist zu. Boah, Lafitte, du Idiot. Die Tür ist auf. Oh. Kapit. Tut mir leid. Die Tür war wohl doch zu. Ich glaube, und jetzt brauche ich eure Hilfe, wir brauchen was mit mehr. Bums. Hat einer eine Idee? Kanone? Haben wir gerade nicht. Bombe. Bombe. Das ist eine Bombenidee. Na gut. Piu. Hä, fang. Haha, Saarbrücken. Bombe. Lafitte, anmachen. Ey. Ja, womit denn? Weißt du eigentlich, warum ich zum Käpt'n tauge und du nicht? Nö. Weil ich den Griff hab. Saarbrücken, ne? Oh. So. Da gibt ihr. Lafitte, das ist eine Live-Sendung. Ach was. Ich glaub, dieser Brücken hat. Haha. Bombe. Oh. Äh, geht's in der Pizza-Suppie. Piu. 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 Mann. Oi, oi, oi. Reklammer, Sönne. Hahaha. Saarbrücken. Könnt ihr zählen? Bei drei. Eins Zerbrücken können wir zählen Eins Zwei Drei Das hat ja super funktioniert Dann doch wohl lieber derselbe Das Ende des ersten Offiziers Moment mal Das Ende des ersten Offiziers Dann wäre ja ich Der erste Offizier Meuterei Meuterei Auf drei Eins Zwei Zwei Ja Da fehlt Au Au Meine Hand Oh mein Gesicht Meine Ohren Ja Warte Ja Ja Piu Alle Piraten Die jetzt die Waffen niederlegen Werden verschont werden Außer ihr Piu Außer ihr Piu Ihr werdet jetzt euer Ende finden Piu gehört mir Oh Mit einem Besen Idiot Ich zeig euch das Wie das mit einem Besen geht Ja 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 Oh nicht schon wieder Oh 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 Ja 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 Klar Ja 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 Und jetzt, Mr. Smith, werde ich dir ein verdammt langsames Ende bereiten. Und jetzt, Mr. Smith, werde ich dir ein verdammt langsames Ende. Und jetzt, Mr. Smith, werde ich dir ein verdammt langsames Ende. Und jetzt, Mr. Smith, werde ich dir ein verdammt langsames Ende. Und jetzt, Mr. Smith, werde ich dir ein verdammt langsames Ende. Ja, ich kann nur sagen, kommt zu uns. Jetzt kann ich noch meine Crew vorstellen für heute. Ganz zum Schluss meine Tochter Luna. Na gut, wenn das alles ist, was eure Hände hergeben, dann applaudiert bitte für Mr. Lafitte. Und jetzt, für unsere bezaubernde Jane, und leider verdammt nochmal, brauche ich für so eine Show einen Engländer, Mr. John Smith. Und jetzt, an der Technik, auch heute, denn eine Piratenshow geht nicht ohne Technik, unser Fred. Wir nennen ihn Technik, Fred. Und last but not least, unser nicht vorhandenen Käpt'n, Rott, you! So, aber jetzt noch eine Sache, haut mir noch nicht ab, denn wir stechen heute in See zurück, in das karibische Köln. Wir haben unsere Kanonen dabei, und wir müssen die Rohre noch trockenschießen, oder freischießen, damit wir auslaufen können und in Köln einlaufen dürfen. Bleibt also hier, wenn wir unsere Schwarzpulverkanonen schießen für euch. Das dauert wohl einen kleinen Moment, weil wir müssen die noch laden. Das wäre ein bisschen gefährlich, wenn da vorne die Leute stehen und die Dinger schon geladen wären. Aber wer halt so eine Schwarzpulverkanone noch nie hat schießen hören, der bleibt jetzt hier, denn das macht Spaß. So.